Die Boeing 737 MAX 9 mit der Kennung N990 AK ist der neueste Flottenzuwachs von Alaska Airlines. Nach nur 16 Flügen verlor sie jedoch einen Teil ihrer Heckflosse. Der Flieger war auf dem Weg von Seattle nach Chicago, als sich der Vorfall ereignete. Der Flug verlief trotz des fehlenden Teils problemlos. Das Flugzeug landete sicher in Chicago um 18.12 Uhr Ortszeit. Am nächsten Morgen flog die Maschine wieder zurück nach Seattle und ist seitdem auch wieder im Linieneinsatz. Alaska Airlines bestellte im vergangenen Jahr 52 weitere Exemplare der Boeing. Außerdem hat die Fluggesellschaft Kaufrechte für bis zu 105 Jets bis 2030 erworben. Die Fluggesellschaft betreibt derzeit 216 Flugzeuge, darunter 54 Boeing 737 MAX 9.